Ich hab so laut die Luft gejagt. Hallo Bra, alles klar bei dir? Hallo, hey. Mir geht's ähnlich, mir geht's ähnlich, müssen wir kurz schießen. Ah, das hab ich gebraucht. Und sonst? Ah, mir fliegen gerade die Mücke ins Ark neu. Hey Kinder, was geht bei euch ab? Wir sind die Busch-Männer und das ist Big Varel. Oh yeah, wir verstecken uns hier gerade vor dieser jungen Dame. Wir haben wieder einen neuen Glitch gefunden. Schließt durchs rechte Glas und stirbt. Oh, wie sie einfach vor Schreck kurz tot war, aber dann doch nicht. Macht Fotos. Kling nachher, ja? Lacht verdientem Geld. Foto mache doch. Niesig. Snapchat, Instagram, Twitter. Quatschabuck. Quatschabuck. Ich bin heute mal der Schrauber. Ich bin heute der Bettnässer. Tvareli, voll cool da, steht mit seiner Brille und ich bin einfach nur so ein Depp. Can you believe this bullshit? Ja, da sind sie. And this one? Zeig. Ich bin Fotograf, Alter. Ey, ich habe keine Munition, ich habe nur Schrotflinte, ne? Echt? Das wird echt ein Riesenspaß, ne? Jetzt kommen zwei rechts. Oh shit. He needs some more! Wie viel Tote für so'n Lowrider? Hätten wir die wahrscheinlich gefragt. Freiwillig, die scheiß Dinger. Scheiße fährt nicht gescheit. Da wackelt irgendwas rum. Da kommen Leute, da kommen Leute. Wird auch gefickt, wird auch gefickt. Alles klar, tot. Schau mal die Scheiß. Schau mal die Scheiß. Schau mal die Scheiß. Schau mal die Scheiß. Okay, schnell. Easy, easy, easy. Oh fuck dude. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ich bin hart angefickt. Ich bin hardcore angefickt. So dann keiner von spawned, ist alles gut. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hey, dude. What the hell? Here's the getting. Moistleratis. Mhm, not Gerald. Harold Krasma. Gibt es jetzt Geld oder was? Jetzt will ich Paraseen an meiner Coin. Ramerenkisch. Alter. Wenn wir die Autos verkaufen, haben wir mehr Rüstwärm. What the fuck? Dude. Kleine Mutter nachsahllege für dich. Schreck mal rein und lass Geld überweisen. Schnell's la музыка hinter der Decke, bevor uns jemand überpindelt. Na, ist Spieler da hinten. Scheiße. Scheiße, bist du drin? Komm rein. Oh Gott. Fuck, das ist dich für ein Hurezaun. Ha, ich hab's dann auch die Luft gejagt. Oh fuck, bist du ja an die Bullen, Mann. Ich versuche, in den Erotik-Clan reinzukommen, schnell. Ja, ja, ich bin im Erotik-Clan, vielleicht bin ich hier geschützt. Im Erotik-Clan? Pass auf, da kommen die Polizisten rein und dancen für dich. Shit. Ja, die schießen, die schießen. Die Nutten rennen hier rum. Die Nutten rennen hier rum. Oh shit, ey. Werle macht Stress und Puff. Oh nein. Ich muss dir erschießen, leider. Ich muss dir. Das tut mir nicht, ich wollte es eigentlich nicht, aber ich hab den jetzt wirklich erschießen müssen. Alter, schnell, 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 der Spieler kommt. Was hat der für eine Waffe? Oh, scheiße, der MG. Nein. Warum fahren jetzt Leute in uns rein? Sind die bescheuert? Das ist ein amerikanisches Muscle-Clan, du schaffst das. Ja, der war nur zu Fuß im WebEx-Decker, aber ey, was ist mit Temus? Ey. Wo ist die Ammonation? Wir fahren da drüben hin und zwar kurz hier hin. Oh, kurz Fahrradständer parken. Jetzt warten. Ey, da war die allererste Folge, da bist du in dieses Ding hier reingefallen, in diesen Graben. Stimmt. So, wie sieht's aus? Eine Granate reinschmeißen oder auch ganz lustig? 250-Tonner, das ist doch eigentlich... Machbar. So Tränengas, so für die Zivilisten, ganz lustig, oder? Aus dem Auto zu schmeißen. Auf jeden Fall. Oder zwei Stück. Hinter uns ist der Kerl, der reinballert. Oh Gott. Ach du Scheiße. Scheiße, hörst du das? Der Huch. Der fährt mit dem Auto hier die Tür ein, siehst du das? Guck mal. Oh nein. Alter, wie Zombies. Dam, 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 dam. Okay, aber ganz kurz, wegen des Aubertal würdest du mir empfehlen von denen hier. Ich habe ein Rocker-Ding gefasst. In's Ernst. Guck mal hier. Dieses Tarnmuster hier oben links? Dafür würde ich ja sterben. Oh krass. Hier, Anzug. Den hole ich mir. Alter, wer übertreibt? Ich mache auch. Und da? Möchenina hat sich meinen Kerl hier angeguckt und hat gemeint, das sieht scheiße aus. In Ruhe, ohm ich dich. Schau mal. Oh fuck. Oh Gott, der hat mich durch den Tischball gefickt. Mein neuer Anzug. Ich sehe so cool aus. Das ist jetzt mein neues Outfit. Das hat 7000 gekostet. Alter Verwalter. Weil ich dafür lebe ich. 7, 7, 5. Ich gehe jetzt raus. Ich komme nicht raus. Okay, warte. Lama hat der Maul. Ich kann jetzt nicht. Dieser scheiß Tomso. Oh. Alter, der Kerl knallt mich einfach in meinen Haufen. Wir haben geschlossen. Wann? Leute, die Wunnen sind hier. Hier ist mein Auto. Jetzt habe ich Porsche Camaro aus. Ich komme vorbei. Ich mache die Tod privat. Privat. Küss mich, Harry. Alter, wie geil du bist. Oh fuck. Wir werden angeschossen. Oh Gott, ich bin tot. Nein, er fickt mich schon wieder, obwohl ich ihn drei Kugeln gegeben habe. Er hat so einen Purzelbaum gemacht. Nein, nein. Ich bin so. Ich habe die Karte einfach fallen lassen. Wie schmeißt man die? Ich wurde voll überfahren. Geil. Dieser faschisten Verlierer schießt aus 1000 Kilometer entfernt auf dem ungewaffelten Mann. Ich glaube, es geht los. Damit kann uns nicht ficken. Was hast du da? Werde? Ich steige auf fahren. Folg mir, wenn du überleben willst. Okay, ich mache die Polizei kaputt mit Schrotz und... Guck mal, wie brutal ich bin. Alter. Scheiße. Der Spieler, der Spieler kommt, der Spieler kommt. Oh Gott. Granate, Granate, Granate. Oh fuck. Ich lebe noch. Ich bin auf unserem Roller. Oh, ich bin tot. Ja, ich habe ihm einen Heller gegeben. Er ist tot. Du hattest dich auf die mutfällige Zerstörung. Richtig. Die größtmögliche Zerstörung an. Alles klar. Ich habe den meisten Sachschaden bis jetzt. 1000. Wir steigen mal aus. Und schmeißen du einfach mal eine Grenade ins Grenad. Achtung, aber. Lauf, lauf, lieber ein bisschen ein Stück weg. Genau. Boom. 52.000. Keine Kamera, gar nichts. Oh, ich wurde angefahren. Scheiße. Deiner hat schon 300.000 Schaden für was. Das ist schön fickerig. Boom. Ja. Dumboble, holt er auf. Scheiße, da brennt jemand. Oh fuck, die schreit und brennt und ist tot. Ich glaube, bei GTA 4 oder so konnte man wirklich auf den Tank schießen. Und da sind die sofort in die Luft gegangen, die Autos. Das ist aber hier, glaube ich, nicht mehr möglich. Oh, wer kommt denn da an? Gefahren wäre. Schießen die auf dich, oder was? Die Bullen. Oh, ja, ja, ich habe drei Sterne. Ja. Ich habe dafür 9.000 bekommen. Du hast ja selbst, ich habe 5.000 bekommen, aber ich gar nicht mehr mitgemacht habe am Ende. Ich komme zu dir bei Expressway. I can't believe it. Nein. Ey, was ist das für ein dreckiger Lacker, Mann? Ja, er ist tot. Ah, scheiße, ich will einen Stern. Das ist vielleicht ein räudiges Hin und Her hier. Aber egal, ich habe ihn gefickt, das ist die Hauptsache. Weißt du, der muss wiesen, dass mir die Könige sehen. Der kann uns natürlich auch Stähre beim Ufen, der Medow. Na ja, na ja, na ja. Thomas, da hatte ich ihn in die Luft gesprengt. Ich habe ihn gefickt, er ist tot. Ich habe die Tankstelle in die Luft gesprengt. Was müssen wir jetzt machen? Ich weiß nicht, da vorne geht es jetzt gleich ab. Zum Glück haben wir ein Fahrzeug mit ganz vielen Musikboxen. Ja, die Boxen sind total krass, Mann. Ich habe da mal Musik gehört und da hat der eine gemeint, sei leise. Und ich habe gesagt, fick dich. Und dann haben wir gewonnen. Ich habe 187 Straßenbande gemacht. Wallah. Was ist das überhaupt? Das habe ich jetzt schon so oft gesehen. Irgendwelche Assis, so deutsche Assis. Also so eine Band oder? Naja, so eine Gruppe. Was heißt Assi? Die meisten finden es gut. Die Türen sind weg. Eins auf dieben Straßenbande ist da vorne. Scheiße. Alter, nein. Guck nach hinten, während ich nach vorne fahre. Wow, fuck. Fuck, fuck. Ich werde angefickt die ganze Zeit. Ich fange nicht von wo. Bei der P-Drauss. Oh Gott, der Mate kommt nicht rein. Ist er bescheuert? Ich habe hier eine richtig krasse Chiller-Lunch gefunden. Hier ist voll die Landschaft mit Pools und Wasser drin. Liegstühle. So eine Bikini-Schönheit, die will ich ganz kurz mal eincremen. Gott, ich komme hier nicht zu ihr hin. Erst mal schickes Foto machen, Wallah. Mache erst mal Foto und später zeigst du mir, Wallah. Wallah, 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 Wallah. In der Galerie speichern. Ajo, ich bin nicht blöd. Und jetzt habt ihr so einen sexy Herren da drüben. Wie der aussieht. Heute, 19.30 Uhr, Livestream auf Twitch. Der Link ist in der Beschreibung. Da hinten macht er eine Foto. Ist einfach voll illegal. Oh nein, Servus, der Handy hingeflogen. Snatch, she dude. Wie sie das Geld küsst. Wir treffen uns dann beim LD, ne? Ich muss ganz kurz noch hier jemandem bei der Gartenarbeit behilflich sein. Er hat eine Schutzbrille auf und so eine Warnweste. Wie der guckt. Er hat sogar eine kleine Schippe. Er arbeitet sogar richtig, ne? Der schafft irgendwas aus dem Boden raus. Unkraut zupfen. Der kann bei uns anfangen. Ich bringe unseren Gärtner direkt mit. Kamakamakamakamakamakameli. Alter, merkt er nicht, dass er keine Antwort kriegt? Er redet und redet und redet. Headshot aus 8 Kilometer Entfernung. Fuck, 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 fuck. Das ist jetzt aber echt bescheuert. Der dreht. Nice. Oh, scheiße, ich steige in den Moonbeam. Wir sind gefliegt. Da kommt diese ersten Stufen schon nicht hoch. Ach so, scheiße. Ja, er hat ein Tier, Mann. Er hockt da drin. Er hat es einfach easy gemacht. Noch eine Tür hat er verloren. Er hat alle Türen verloren, die wir hatten. Hallo, Bro. Alles klar bei dir? Hallo. Hey, 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 hey. Ich bin fast in die Haus geschissen, weil ich gedacht habe, der wäre ein Stück fest. Aber jetzt bin ich doch wieder beruhigt, dass es doch gut ist alles. Mir geht es ähnlich, mir geht es ähnlich. Müssen wir kurz schießen. Ach, das habe ich gebraucht. Und sonst? Ja, mir fliegt gerade die Mücke ins Aach neu. Sag dir mal, das ist immer ein bisschen langsamer Fahrer da. Brutus, machen wir jetzt schnell die Banken. Mit seinem Ohrring, der Mann. Wenn man nach kann, der wäre der Ohrring, Idiot. Krass, wie der am Schwitzen ist. Brutus fährt einfach. Er muss gar nicht bremsen. Er fährt die ganze Zeit. Guck sein Bart an. Sein Bart sieht schon so voll entschlossen aus. Ich mache das jetzt. Alter, Brutus. Ey, das Auto ist voll im Arsch. Der Lamar will das gar nicht annehmen, glaube ich. Was habt ihr gemacht? Ihr Pizzer. Ey, das müssen wir so viel Cash bringen jetzt. Wir haben so viele Leute umgebracht. Achtung, 6.000 oder so. Hier sind eure 200 Dollar, bitteschön. Zerstöre den Moonbeam. Das ist doch das Ficker, oder? Holt den verdammten Moonbeam da raus. Aber ihr müsst zusehen, wie ihr es schafft. Zerstört den Moonbeam. Ihr könnt ihm das zerstören. 22.000. 22.000. Schon neues Haus. 22.000. 22.000. So, Kinder, das war es soweit für diese Folge. Alles andere ist verlinkt. Die Folge von Warnel ist verlinkt. Big Warnel an sich ist auch verlinkt. Und so weiter und so fort. Wir bedanken uns hier fürs Zuschauen. Macht's gut. Gebt ultra viele Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.